Ich weiß nicht, wie eure Freitagabendgestaltung in dieser Woche aussieht. Meine steht eigentlich, seit ich auf die Welt gekommen bin, fest. Freisnachts, Freitag, traditionell die TV-Sitzung abends, jahrelang als kleiner Steppker, aber auch im Erwachsenenalter auf der Couch mit der Familie. Seit ein paar Jahren darf ich auch aus beruflichen Gründen im Saal vor Ort sein und tatsächlich dieses Fest der Mainzer Fasnacht genießen, weil die TV-Sitzung ja tatsächlich bundesweit ein Alleinstellungsmerkmal für Mainz ist und auch Mainz dann bundesweit bekannt wird für diese Sitzung. Anhand der Programmbestaltung dieses Jahr ist für mich wieder eine Debatte aufgebrochen, in der ich eine sehr klare Meinung habe. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist Lars Reichow dieses Jahr nicht Teil des Programms. Er ist nicht aussortiert worden, weil er eben schlechte Inhalte liefert oder weil er hauptberuflich Kabarettist ist, sondern weil er eben nicht in die Programmabfolge gepasst hat. Ich sage allerdings auch schon seit einigen Jahren, dass für mich tatsächlich Profis nicht in die Mainzer Fasnacht gehören oder auf die TV-Bühne, sondern ich finde, die Mainzer Fasnacht lebt von ihrem Ehrenamt, von den Leuten, die sich in ihrer Freizeit ihre Vorträge erarbeiten, ihre Figuren prägen und dann tatsächlich das auf die Bühne bringen, auch ein Stück weit als Belohnung für ihre Arbeit. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Mainzer Fasnacht sich auszeichnet durch ehrenamtliche Figuren und ehrenamtliche Aktive. Nichts gegen Lars Reichow, aber für mich, wie gesagt, haben Profis da auf der Bühne nichts verloren. Ich bin aber tatsächlich auch sehr gespannt, wie ihr das seht. Ich weiß, dass es schon in den letzten Tagen wild diskutiert worden ist. Deswegen postet gerne eure Meinung zu meiner Meinung in den Kommentaren unter unserer Social-Media-Kanäle. Und ich bin gespannt, wie ihr das seht. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich am Freitag auf der Couch im Saal und hoffen auf eine gute Sitzung. Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht.